Da freue ich mich besonders. Ich bin gespannt, ob es unsere Erwartungen erfüllt. Er steckt ihn durch. Souverän verteidigt. Er zieht durch. Schlichtweg nicht platziert genug. Also niemand darf behaupten, dass der Torhüter in dieser Situation über sich hinaus wachsen musste. Das war doch wirklich kein gutes Zuspiel. Er kommt hier zu spät, trifft nur den Mann und deshalb Freistoß. Also das ist schon ziemlich weit weg, aber vielleicht für ihn nicht zu weit. Er serviert ihn. Was macht er drauf? Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Eiskalt verwandelt. Der Spielstand jetzt 1 zu 0. Und jetzt können wir darüber diskutieren. War es gut gemacht oder war es einfach schlecht verteidigt? Also wenn man einer Abwehr mal zeigen möchte, wie Deckungsarbeit direkt vor dem eigenen Tor nicht funktioniert, dann musst du das Video von diesem Tor einlegen. Neuer Spielstand 1 zu 0. Das ist die Führung. Davon haben sie geträumt. Jetzt heißt es natürlich weiterarbeiten und einen im Moment angenockten Gegner nicht wieder aufbauen. Da ist die Chance. Er hält drauf. Noch eine Chance, aber auch diesmal. Also wenn man ein Spiel gewinnen möchte, das ist eigentlich eine Phrase, aber es bewahrheitet sich halt immer wieder, dann muss man die Chance nutzen. Genau daran fehlt. Das sieht doch gut aus. Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Nilsson. Der Schiedsrichter beendet diese.